Vorbereitung für den Beat-to-Run Firmen- und Charity-Lauf. An meiner Seite läuft Christine Deck. Wir laufen in Vorbereitung und unter Anleitung, ich hole sie mal gerade ein, von Tina Lefermann. So, wir müssen jetzt einmal 7,5 Kilometer um die Alster rum. Wir sehen uns gleich. Kleines Kommunikativkontext, glaube ich, ist ein extra. Ja, was soll ich machen? Soll ich nackt kommen? Ja, ich bestimmt... Ja, er hat mich nicht da gehabt, geguckt heute Morgen. Aber können wir jetzt das Thema wechseln? Wir machen ja gerade ein Video. Aber rückwärts geht auch, merke ich gerade. Gleich nach Spur. Quatsch. Komm, halt, halt, so.